Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten amerikanischen Kühlschränke 2022 vorstelle. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir den freistehenden amerikanischen Kühlschrank LG GSX960NEAZ gewählt. Dieses Modell hat ein Gesamtfassungsvermögen von 601 Litern, was Ihnen die Möglichkeit gibt, in großen Mengen einzukaufen und diese problemlos zu lagern. Mit seinem Geräuschpegel von 39 Dezibel ist er einer der leisesten amerikanischen Kühlschränke 2022. Er verfügt über vier Schubladen, die eine optimale Aufbewahrung der Lebensmittel ermöglichen. Außerdem ist er mit verstellbaren Füßen ausgestattet, die das Verschieben in der Küche beim Reinigen erleichtern. Er hat eine Glastür, durch die Sie den Inhalt Ihres Kühlschranks von außen sehen können. Tippen Sie einfach zweimal auf die Tür, um zu sehen, was Ihnen fehlt. Diese Eigenschaft ist auch beim Einfrieren sehr wichtig, denn wenn Sie den Kühlschrank nicht regelmäßig öffnen, geht deutlich weniger kalte Luft verloren. Er verfügt über eine Eiswürfelfabrik, die nach Belieben Eiswürfel herstellt und speichert. Noch besser, er verfügt über ein vollwertiges Weinregal, in dem Sie einige Flaschen Wein bei optimaler Temperatur lagern können. Er hebt sich von seinen Kollegen durch seine Wifi-Verbindung ab, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Kühlschrank über die LG ThinQ-Anwendung mit Ihrem Smartphone zu verbinden und die Temperatur und die Superfrost-Funktion aus der Ferne zu steuern. Wie immer bei TopTech, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos, dort haben Sie alle klickbaren Links zu Ihrer Verfügung. Auf Platz 3 haben wir den Haier Cube 90 Serie 7 HTF 610 DSN 7 freistehenden amerikanischen Kühlschrank gewählt. Dieses Modell ist effizient und hat eine Gesamtkapazität von 610 Litern, was Ihnen die Möglichkeit gibt, eine beträchtliche Menge an Lebensmitteln zu lagern. Es handelt sich um einen No-Frost-Kühlschrank, der automatisch die Bildung von Frost verhindert. Dies erspart Ihnen das manuelle Abtauen. Darüber hinaus ermöglicht sein Geräuschpegel von 40 Dezibel einen geräuschlosen Betrieb. Er ist mit einem Sicherheitsalarm ausgestattet, der Sie benachrichtigt, wenn Sie die Türen nicht richtig geschlossen haben. Mit seiner antibakteriellen ABT-Technologie schützt er Ihre Lebensmittel vor Bakterien. Dieser amerikanische Kühlschrank verfügt über modernste Technologien in speziellen Bereichen, um die bestmögliche Konservierung Ihrer Lebensmittel zu gewährleisten. Er verfügt über drei verstellbare Glasablagen und sechs Schubladen, in denen Sie Ihre Lebensmittel bequem aufbewahren können. Im Falle eines Stromausfalls bietet er Ihnen eine Autonomie von 18 Stunden. Das ist ein weiterer Beweis für seine Konservierungsleistung. Darüber hinaus verfügt er über einen Eiswürfelbereiter, der automatisch und nach Belieben Eiswürfel produziert und speichert. Dank der fresher Tex-Technologie bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch. Sein einziger Nachteil ist, dass er der Energieklasse F angehört. Auf dem zweiten Platz haben wir den amerikanischen Kühlschrank LG GSS6676SC gewährt. Mit seinem Gesamtnutzvolumen von 601 Litern, von denen 405 Liter auf den Kühlteil und 196 Liter auf den Gefrierteil entfallen, haben Sie genügend Platz, um Ihre Lebensmittel zu lagern. Mit einem jährlichen Stromverbrauch von nur 376 Kilowatt pro Stunde ist er äußerst sparsam. Er ist mit der No-Frost-Technologie kompatibel, mit der er die Frostbildung automatisch verhindert. So müssen Sie ihn nicht mehr manuell abtauen. Er ist mit einem automatischen Eisbereiter, einem Wasserspender und einem Temperaturkontrollsystem ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen eine komfortable Nutzung. Darüber hinaus verfügt er über vier Einlegeböden, neun Roste und neun Schubladen. So können Sie Ihre Lebensmittel ordentlich und schnell aufbewahren. Kein Wunder, dass er von einigen Nutzern als der beste amerikanische Kühlschrank 2022 angesehen wird. Mit seinem Geräuschpegel von 39 Dezibel können Sie in Ihrer Küche ein Nickerchen machen, ohne durch Geräusche gestört zu werden. Darüber hinaus ermöglicht seine Energieklasse A++ Energie zu sparen. Dadurch können Sie Ihre Stromrechnung am Ende des Monats senken. Er verfügt über einen LED-Touchscreen, der Ihnen die Bedienung erleichtert. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie die besten Rabatte, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten können, wenn Sie auf die Links in der Beschreibung dieses Videos klicken. Auf den ersten Platz haben wir die amerikanische Kühl-Gefrier-Kombination Siemens KA93-NVI-FP-IQ300 gewählt. Mit seinem Anti-Fingerprint-System lassen die Oberflächen seiner Türen aus Edelstahl keine Fingerabdrücke zurück. So bleibt das Äußere Ihres Kühlschranks immer sauber. Mit seiner No-Frost-Technologie verhindert er automatisch die Bildung von Frost. So müssen Sie ihn nicht mehr manuell abtauen. Dank seiner großzügigen Breite ist er geräumig genug. So haben Sie die Möglichkeit, alle Ihre Lebensmittel ordentlich zu lagern. Er ist mit der Ice-Twister-Technologie kompatibel, die es Ihnen ermöglicht, Eiswürfel nach Belieben auf schnelle und gesunde Weise zuzubereiten. Wenn Sie frische Lebensmittel oder Getränke in den Kühlschrank geben, erhöht sich in der Regel die Temperatur anderer bereits gekühlter Lebensmittel. Mit seiner Supercooling-Technologie kann er jedoch die hinzugefügten frischen Lebensmittel schnell kühlen. Alles was Sie tun müssen, ist die Temperatur Ihres Kühlschranks vorübergehend zu senken. Mit dem Superfreezing-System können Sie empfindliche Lebensmittel aufbewahren, ohne befürchten zu müssen, dass Sie verderben, denn es ermöglicht ein schnelles Einfrieren. Darüber hinaus ist er mit seiner Energieklasse A++ äußerst sparsam und hilft Ihnen, Ihre Stromrechnung am Ende des Monats zu senken. Genießen Sie mit diesem amerikanischen Kühlschrank einen geräuschlosen Betrieb dank eines Geräuschpegels von 42 Dezibel. Ich lade Sie nun ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf die Links zu klicken, um alle vollständigen Spezifikationen und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, zu erhalten. Wenn das Video Ihnen geholfen hat, sich zu entscheiden, dann liken Sie das Video, das würde uns riesig freuen und abonnieren Sie den Top-Tech-Kanal, um mit den nächsten Videos auf dem Laufenden zu bleiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, das war Top-Tech, ciao, ciao.